Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. An diesem Dienstag, ja, ihr hört es, ich bin immer noch nicht ganz auf der Höhe, aber das macht nichts. Ich wollte trotzdem jetzt wieder was für euch aufnehmen. Wundert euch nicht, auch in der nächsten Folge werde ich mich so anhören, weil ich will jetzt auf jeden Fall heute ein paar Folgen für euch vorproduzieren und ich hoffe, das steuert euch nicht und, ja, hab heute wieder interessante Fälle wieder mal mit am Start für euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ansonsten, ja, war ich ja im Urlaub, hab das alles gut überstanden, außer dass ich dann einen Tag danach wirklich komplett flach lag, Leute. Und dann, ja, ging es einfach danach trotzdem nicht. Also schon fast eine Woche später wollte ich arbeiten. Es ging bei mir nichts. Also ich gehe davon aus, dass es Corona war, denn ich kann bis zum heutigen Tage nichts riechen, nichts schmecken, also nicht wirklich was schmecken, nur so ein bisschen gehe ich davon aus, dass es das ist. Aber, naja, wir ruhen uns noch etwas aus und dann, ja, so sieht es aus. Zu diesem Zeitpunkt, wenn das Video, ähm, Video oder der Podcast, diese Folge online kommt, dann bin ich ja schon wieder am Arbeiten. Aber trotzdem sage ich jetzt, wo ich das aufnehme, auf jeden Fall, dass ich mich echt noch ausruhe und, ähm, damit ich wieder, ja, relativ schnell fit bin. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt schon über eine Woche komplett außer Gefecht gesetzt. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, ne, ähm, weil ich ja auch geimpft bin, aber ich dachte so, ja, wenn man mal überlegt, wenn das jetzt wirklich ein normaler Verlauf ist, ähm, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann will ich nicht wissen, wie es ist, wenn man einen ganz schlimmen Verlauf hat. Ganz ehrlich, weil ich war wirklich, also ich hab wirklich drei, vier Tage lag ich so flach, dass ich wirklich gedacht hab, so, boah, ähm, das kann doch eigentlich nur besser werden und es wird einfach nicht besser in den vier Tagen zum Beispiel, ne. Deshalb, äh, hoffe ich, euch geht es gut und, ja, dann, ähm, quatsche ich nicht mehr so lange um den heißen Brei und wir fangen sofort mit der neuen Folge an. Viel Spaß! Und, ja, dann, ähm, quatsche ich nicht mehr so lange um den und, ja, dann, ähm, quatsche ich nicht mehr so lange um den und die Journalisten Katz Falk und ihre Freundin Lena Grenz wurden aus dem Hammersby-Kanal in Stockholm gezogen. Ja, ihr hört es richtig. Diese beiden, äh, die Journalistin Katz Falk und ihre Freundin wurden in einem Auto gefunden und zwar in diesem Kanal und, ähm, ja, beide waren seit dem 19. November im Vorjahr als vermisst gemeldet worden, also wirklich schon sehr lange, wirklich paar Monate, also sogar schon über ein halbes Jahr, wenn man das so will, waren die beiden vermisst. Vermutet wurde im Mai, dass beide Frauen mit dem Auto in diesem Kanal fuhren und dass es ein Unfall gewesen ist. Ja, dieses ist jetzt schon 37 Jahre her und im September 2003 wurde diese Theorie dann komplett verworfen. Katz Falk wollte im schwedischen Fernsehen etwas über einen Waffenschmuggel zwischen Schweden und der DDR erzählen. Dies kam der Stasi ungelegen und man hätte sie ermordet und ihre Freundin war durch Zufall mit dabei. So geht man heute davon aus. Es gab zwischen 1983 und 1987 viele mysteriöse Todesfälle umstritten, ähm, wegen den umstrittenen, äh, schweren Rüstungsexportpolitik hatte wohl, ähm, damit halt zu tun. Und, ja, unter anderem waren auch, ähm, pensionierte schwedische Richter mit dabei, die ihr Leben lassen mussten und höchstwahrscheinlich, ja, nicht einem Unfall, sondern einem Mord erlegen sind, wenn man das so sagen darf. Also wirklich richtig, richtig schlimme Zeiten. Also wirklich, ähm, ja, man geht davon aus, dass es halt hier mit der Stasi zu tun haben, zu tun gehabt hat. Und, äh, das alles auf schwedischen Boden, ja, schon interessant, auf jeden Fall, zu der Zeit, das Auto, das dort gefunden wurde, wo die beiden mit wohl unterwegs waren, gehörte halt der Freundin, also der Lena Grenz. Warum waren also beide überhaupt nachts im Hafen unterwegs? Also, es muss dann wohl nachts gewesen sein, weil sonst hätte es irgendjemand mitbekommen, dass sie dann in dieses, ähm, Hafenbecken gestürzt sind mit dem Auto, ja, und, äh, ja, warum waren sie halt, wie gesagt, am Hafen unterwegs? Und warum waren sie denn auch nachts dort unterwegs? Und, äh, das liegt nämlich nicht auf ihren Heimweg. Also, das ist ein kompletter Umweg gewesen. Und hier ist halt die Frage, waren sie schon dabei, verfolgt zu werden? Und wurden sie abgedrängt und sind dann, ähm, in dieses Hafenbecken gestürzt, weil das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ja, was soll ich euch sagen? Das war's schon für diesen Fall. Ich hab da echt nicht mehr rausbekommen. Und, ähm, ich find's halt wirklich sehr, sehr kurios, die ganze Situation, dass die Journalistin Katzfalk da wirklich etwas aufdecken wollte und damit ans Fernsehen oder ins Fernsehen gehen wollte, um, äh, das der Bevölkerung mitzuteilen und dass dann so ein, ich sage mal, in Anführungszeichen, Unfall passiert, ja, ist halt, ja, das ist für mich kein Zufall. Was meint ihr dazu? Jetzt im zweiten Fall, müssen wir ein bisschen, ähm, weitergehen, geht es um einen vermissten Fall. und zwar vermisst wird Christopher Matthew Kerz oder Kerze aus dem Jahr 1990. Ja, Christopher wurde am 19. Februar 1973 in Egan, Minnesota geboren. Er war 1990 bei seinem Verschwinden 17 Jahre alt. Er war unter anderem Mitglied des Schwimmteams und auch Mitglied der Band und spielte dort Klarinette. Weitere Hobbys von ihm waren Lasertag, Lesen, Computer, Camping und Skifahren und er hatte heimlich Depressionen und Suizidgedanken. Das, ähm, kam dann auch noch raus. Am 20. April 1990 fühlte er sich nicht gut und wollte nicht zur Schule gehen. Er hatte wieder mal Kopfschmerzen. Seine Mutter gab ihm ein rezeptfreies Schmerzmittel, bevor sie das Haus verließ. Ja, sein Vater war geschäftlich zu dem Zeitpunkt unterwegs und ja, die Frage ist dann halt, was tat Christopher in der Zeit, in der er nicht in die Schule ging und in der seine Mutter nicht da war. Als die Eltern dann nach Hause kamen, zum späteren Zeitpunkt, da war ihr blauer Dodge Caravan von 1988, der war verschwunden in der Küche lag eine Notiz von Christopher und zwar sagte diese Notiz folgendes aus Mama, es ist etwas Wichtiges passiert, ich fühle mich schon etwas besser, um 18 Uhr bin ich wieder zurück, es sei denn, ich verliere mich. Zitat Ende. Was will er damit sagen? Er verliert sich? Also, das ist wirklich seltsam. Am Tag seines Verschwindens hat er auch noch 200 Dollar abgehoben und es war auch die alte Schrote Flinte, diese war auch verschwunden. Das war eine Mosberg 20 Repetierbüchse von 1954 1954 bis 1956 vermutlich hat er keine Munition mitgenommen, das weiß man nicht ganz so genau. Ein Tag später, am 21. April 1990 ging dann ein Brief für die Familie ein, abgestempelt in Duluth, Minnesota und genau, und ein Briefumschlag Inhalt des Briefes war, dass Christopher sich das Leben nehmen wollte. Ein Tag später wiederum, am 22. April wurde der blaue Van dann von, also der Familie gefunden im Itesca County am Straßenrand stehend. Das war in der Nähe der George Washington und Chippewa National Forest, 32 Kilometer von Grand Rapids entfernt. Die Schlüssel steckten im Innern des Autos und es lag auch ein Zettel mit dabei und dieser Zettel erklärte, wem das Auto gehörte. Dann begann natürlich eine große Suchaktion und man geht davon aus, dass Christopher per Anhalter weitergefahren sein könnte, denn es kam eine Zeugin auf die Ermittler zu, die hätte einen Anhalter mitgenommen, sagt sie, und zwar nach Duluth und ja, wir wissen ja schon, dass dieser bestimmte Brief aus Duluth verschickt wurde. genau, es gab dann auch ganz viele Auflege Anrufe an die Familie mit Partygeräuschen im Hintergrund und das ganze sechs Monate lang, also was man davon halten soll, ist halt schwierig zu sagen und ja, dann passierte erstmal gar nichts und im Jahr 2004 erhielt die Polizei von Egan einen Brief, der vermutlich ein Scherz sein sollte. Wieder so ein Scherzbrief, ja. Ja, zu den Theorien, es könnte ein Trampermord gewesen sein, das war sehr unwahrscheinlich oder es war Mord, kam es zu irgendeinem Streit zum Beispiel oder ist Christopher freiwillig verschwunden, vielleicht hat er auch die Schrotflinte mitgenommen, um sie zu verkaufen, ja, aber wenn man sich das Leben nehmen möchte, zum Beispiel, ja, warum hebt man dann nochmal Geld ab und ja, warum macht man das, ne, also deswegen kann es schon sein, dass er freiwillig verschwinden wollte und dann halt diese 200 Dollar mitgenommen hat, plus diese Schrotflinte, die er vielleicht zu Geld machen wollte. Ja, dann die vierte Theorie dann natürlich Suizid, das ist ganz klar, Brief der Familie, den wir ja schon erwähnt haben, hier als Abschiedsbrief auf jeden Fall, es war seine Handschrift, das wurde auch identifiziert, die, dass die Waffe halt mit dabei war, war wirklich sehr beunruhigend, Niemand in seinem Umfeld hat die Depressionen oder Suizidgedanken irgendwie bemerkt, ja, also wirklich schwierig herauszufinden, was da der Grund war, warum er überhaupt verschwunden ist. Jetzt einmal kurz zur Beschreibung von Christopher, wie gesagt, er war 17 Jahre alt, 1990, er hatte braune Haare und braune Augen, war 1,70 Meter groß und wog 135 Pfund, er hatte eine Narbe in der Nähe des Haaransatzes, ein Muttermal am Fuß, er war stark kurzsichtig, hatte eine blaue Brille mit und eventuell auch Kontaktlinsen dementsprechend so ausgetauscht, er trug einen Daemon Trenchcoat, ein schwarzes Sweatshirt in Größe L und Buckley Boy Jeans, einen schwarzen Ledergürtel und weiße Socken und braune Schuhe und er besaß einen Führerschein aus Minnesota. Ja, Christopher wird als gefährdete vermisste Person eingestuft, der Fall ist natürlich noch offen, ein Missing Cold Case und wenn Christopher heute noch leben würde, wäre er bereits 48 Jahre alt. Die Älteren wohnen noch im selben Haus seit 1990, haben die gleiche Telefonnummer und ja, es wurden auch Alterungsbilder veröffentlicht von der Polizei, so wie Christopher heute aussehen könnte und das ist natürlich für die Fahndung sehr, sehr interessant und wichtig und die Polizei glaubt aber trotzdem an einen Suizid in diesem Fall. Ja, was meint ihr ist mit Christopher passiert? War Suizid? Ist er freiwillig gegangen? Hat er ein neues Leben angefangen? Oder wurde er vielleicht auch Opfer eines Verbrechens? Ja, Leute, denkt dran, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Fallvorschläge oder ähnliches, dann könnt ihr mir gerne unter diesem Video bei YouTube auch gerne kommentieren, da würde ich mich sehr freuen, ansonsten natürlich auch wie gewohnt unter oder über Instagram time unterstrich for crime und ja, das war's für heute, wir hören uns am Freitag wieder, habt eine schöne Woche, ich hoffe, die Fälle waren interessant für euch und ja, dann hören wir uns wie gewohnt am Freitag wieder, macht es gut, passt auf euch auf, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!